hallo minecraft freunde ja es wird wieder zeit für ihr seid meine freunde es ist lange her als ich die letzte folge gemacht habe gebe ich zu aber ihr wisst ja da kam ja so ein bisschen was dazwischen wie zum beispiel live stream dann online stellen und so weiter und ich wollte da nicht zu viel an einem tag auf meinen kanal da hochladen oder freischalten oder wie auch immer und deshalb fiel da ihr seid meine freunde für eine weile aus aber jetzt haben wir es ja wieder ok dann schauen wir mal heute das gs von zq an zq hat das hier alles gebaut dieses gs habe ich dadurch entdeckt da dieser hier mal support brauchte und ich beim support mal so ein bisschen ausgeholfen habe und ja da hat einer der hier mit auf dem gs gebaut hatte das ganze gs irgendwie unter wasser gesetzt und das fand ich dann nicht so toll man konnte durch das wasser auch sehen dass da schöne bauwerke drunter waren und normalerweise machen wir das nicht normalerweise ist der gs besitzer sozusagen selbst für seine bauwerke oder beziehungsweise für sein gs verantwortlich aber hier habe ich meine ausnahme gemacht und habe dem geholfen habe dem das wasser hier weg gemacht was hier überall hin gemacht wurde weil ich fand das wirklich sehr schade weil wie man hier sieht hat er sich wirklich sehr sehr viel mühe gegeben das sind alles schöne bauwerke wie ich finde gut ich habe mich jetzt in den häuser noch nicht so umgeschaut und auch noch nicht sonst so genau geschaut weil ich wollte mich ja mal so während des videos so ein bisschen überraschen lassen mal gucken das sieht aber eingerichtet aus naja interessant auf jeden fall okay jetzt hey lass mich da raus so jetzt aber schon die leiter runter ist immer blöd so jetzt geht's gut machen wir hier wieder zu müssen wir hier drin gucken wir doch mal da rein okay da kann man offensichtlich nicht durch aber ich habe gesehen dass von einer anderen tür seite in der tür ich gucke habe ich von der anderen seite reinkommen ob wir da was sehen das ist ein bisschen größer das heise aber schauen wir erst mal schauen wir erst mal so okay gut hier kann man rein hier kann man rein das ist gut hier geht's auch rauf ja auf jeden fall haben sie es eingerichtet das scheint überall komplett eingerichtet zu sein ok da haben sie auch mit unsichtbaren blöcken gearbeitet ja deswegen kann ich wahrscheinlich bei der anderen tür nicht rein weil sie da auch mit unsichtbaren blöcken wohl gearbeitet haben hatte mal ich will mal hier auch schauen da kam aber schnell runter weil das ist gefährlich gut machen wir hier die tür wieder zu ja unten hinten habe ich die tür aufgelassen machen wir auch wieder zu wir sind ja freundlich so fällig da wieder hinkommen so hier kann man ja hier kommt man nicht weiter sieht ja hier kommt man nicht weiter also da hat er wahrscheinlich irgendwie so einen unsichtbaren ja da ist ein unsichtbarer block davor würde ich sagen gut machen wir das hier wieder zu gehen wir hier wieder raus auch zu machen ja dann hier das soll wahrscheinlich so eine schmiede sein und das hier der schmied das weiß ich nicht genau was das sein soll aber gut nehmen wir jetzt mal so hin und irgendwie geht es da rein genau hier wissen du für einer oder ist das auch eine schmiede oder es ist eine bäckerei mit dem ofen und so ne weiß man ja nicht gut schauen wir uns mal weiter um hier kann man auch rein den turm nee hier waren wir schon hier waren wir schon oder weiß ich jetzt gar nicht gut gehen wir hier rein warte mal mir fällt gerade ein das haus hat doch noch eine weitere etage kommt man da irgendwie wir hatten uns schon alles angeschaut ne ja stimmt stimmt das immer von ganz oben gewesen gut kann man hier rein will ich mal schauen da wäre es reingegangen gut was haben wir hier noch roter teppich auf jeden fall gucken wir mal weiter oben hier stehen überall diese soldaten sieht so ein bisschen aus wie ein star wars oder finde ich gut hier sind drohen okay die macht sei mit hier also sieht wirklich aus wie so star wars figuren behaupte ich jetzt mal gut so gut kenne ich mich mit star wars jetzt nicht aus also kann ich jetzt so genau auch nicht sagen sind überall diese knöpfe ich habe immer immer den eindruck als könnte man irgendeinen druck knopf drücken und dann tut sich da was auf okay was das hier scheint irgendwie ein tempel zu sein oder so wie tief geht das hier runter warte mal hier ist noch mehr okay gut interessant ja das finde ich auch mal geil gemacht hier cool finde ich geil gut gehen wir hier wieder raus gucken wir uns mal weiter um mal gucken was hier noch so alles ist vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas verstecktes oder so ja hier ist noch mal ein häusel ok jetzt nichts drin ok sonst war überall was drin hier nicht außer wasser da oben gut ich weiß nicht ob das wasser jetzt beabsichtigt war oder ob das ein rest von dem anderen war ich lass es jetzt einfach mal da ok und da ist ein brunnen ob man da auch rein kann das sieht nicht so aus nee sonst wären ja nicht die haas selbst darüber dann soll man da bestimmt nicht rein aber gucken will ich trotzdem noch mal überall vielleicht habe ich ja irgendwas noch übersehen ja hier diese kleinen häusel auch eingerichtet bin ich gut so hat hier alles eingerichtet sowas gefällt mir immer wenn es dann auch eingerichtet ist guck mal hier noch mal weiter geht's da geht's runter da gucken wir auch noch mal was du not enter danger du not enter ich guck jetzt trotzdem ich bin neugierig ok ok ich lege mir jetzt mal eine fackel in die hand da ich ja den shader habe kriegen wir dadurch ein bisschen licht so so genau ok du hast den königlichen bunker betreten ok gucken wir mal weiter hoffentlich komme ich hier auch wieder raus aha da gibt's also das ist doch voll gecheatet man sehr gut ist ja auch kreativ so betten ok das sind aber viele betten nötig ist nicht wie hat er das eigentlich gemacht normalerweise dürfte das gar nicht aufgehen naja weil das gibt es doch gar nicht als stufe oder haas lab ja keine ahnung werde ich jetzt aber nicht kaputt machen weil will ich nicht ne und so ok ach so wir sind schon wieder hier das ist jetzt bin ich da einmal komplett rundum gelaufen und hier hat er hier so einen kleinen garten noch gemacht finde ich ja auch wieder gut ok jetzt mal erstmal gucken wo bin ich jetzt noch mal reingekommen reingekommen warte mal das war wo war denn das exit es steht ja auch da gut hier sollten wir wieder raus kommen so ok geht das ist der königliche bunker da hätten wir zwar nicht reingetroffen weil steht hier do not enter aber aber wir nehmen es trotzdem mal mit ja ich finde auf jeden fall hat er gut gebaut gut dann kommen wir mal zu den brüfen im moment hier haben wir moment das ist justin genau justin nehmen wir den erstmal ok hoch jetzt habe ich hier weg gedreht ich wollte das doch so haben gut hallo name mythos ich bin justin und 17 jahre deine videos finde ich toll am lustigsten finde ich wenn du in momenten wo dir ein missgeschick geschieht immer sagst echt jetzt dann muss ich immer schmunzeln oder wenn jemand etwas dummes tut und du dann immer sagst ja nee ist klar du bist sehr einprägsam und verleitest mich oft dazu auch diese sprüche zu verwenden aber eher ungewollt hat sich irgendwie in meinen kopf gesetzt eigentlich will ich dir nur sagen mach weiter so dann wirst du unvergesslich sein groß justin ja dankeschön für diesen tollen brief justin und dann kommen wir moment genau hier von jenny ja ich darf sie jenny hat sie auch einen brief geschrieben ok lässt man einfach mal vor hallo mythos mein name ist jennifer und du darfst mich gern jenny nennen zuerst möchte ich dir danken für deine tollen videos die haben mich immer inspiriert was ich dir aber eigentlich erzählen möchte ist als ich angefangen habe minecraft zu spielen habe ich mir oft vorgestellt was wäre wenn es wenn das unsere realität wäre dann dann wirkte minecraft immer so einsam auf mich dann habe ich auch mal auf servern gespielt da waren dann andere spieler aber es wirkte immer noch so einsam klar ich konnte mit anderen spielern schreiben aber nie wirklich reden bis ich dann auf deinen team speak kam das änderte das änderte dann alles es wirkte nicht mehr so einsam und da wollte ich dir auch mal danke sagen vielen dank und liebe grüße deine jenny ja ich danke dir auch ganz lieb jenny finde ich toll und ich muss dir recht geben manchmal wird minecraft tatsächlich sehr sehr einsam ich meine insbesondere im single player wenn man da alleine zu werke ist und da sonst niemand ist dass das wird doch wirklich sehr sehr einsam finde ich auch ok könnt ihr ja auch mal eure meinung dazu schreiben wie findet ihr das so wenn ihr im single player so seid wirkt das auf euch auch eher einsam oder genießt ihr vielleicht sogar die ruhe wenn ihr da alleine seid man weiß es ja nicht schreibt mir die kommentare würde mich echt mal interessieren ok ich sage bis zum nächsten mal und tschüss so ja ja Untertitelung. BR 2018